Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, nein, nicht doch jetzt! Ich meine eines Tages! Ich bin ein Mann mit gewaltigem Weitblick und bin umgeben von Mikroben. Sir! Hey, was? Mein Gott, hast du mich erschreckt! Haben Sie was zu essen für mich? Gott, herr, auf damit! Wie alt bist du? Ich bin 21. Ja, klar, du bist 21 und ich spiel für die Yankees. Echt? Mit diesem Hinken sind Sie ein Profisportler? Ach, du Schande. Boris! Unsere Ehe ist wahrlich nicht auf Rosen gebettet. Botanisch betrachtet bist du eher eine Venusfliegenfalle. Mutter? Melodie St. Anne, du wohnst ja wie eine Dienstmarkt. Ich sag der Herr, sag irgendwas, brich dein Schweigen, ich kann nicht noch mehr Elend ertragen. Keine Antwort, oder? Nach all dem Geld, das sie mal sonntags in die Blechdose geworfen haben. Die Leute machen das Leben so viel schlimmer, als es sein müsste. Alles in allem sind wir eine gescheiterte Spezies. Möchtest du beerdigt oder verbrannt werden? Also darüber, darüber will ich wirklich nicht sprechen, okay? Ich glaub, ich möchte verbrannt werden. Ja, schön. Hältst du jetzt die Klappe? Dann kommen keine Würmer. Daddy? Ich komme, um deine Mutter um Vergebung zu bitten. Du hast sie hintergangen und dann für ihre beste Freundin sitzen lassen. Herr, ich habe gesündigt. Bitte vergib mir. Warum kommen alle religiösen Gestörten hier vorbei, um auf meiner Schwelle zu beten? Sie hat mich verlassen. Was passiert bei euch, Heteros? Dann wären sie also. Aber sie versündigen sich gegen Gott. Er schuf das Universum vollkommen. Die Ozeane, die Sterne, die wunderschönen Blumen. Stimmt, er ist ein Dekorateur. Unfassbar. Egal, welche Liebe man bekommen kann und geben, welches Glück man bescheren kann, jede noch so vorübergehende Freude. Liebe sich wer kann. Wenn du siehst, wie sich Kinder einen Ball zu werfen, vermisst du da manchmal die World Series? Okay, ich war niemals Spieler bei den Yankees.